JASMINE TEAM Meine Gegner sind halt echt von allen Teilnehmern die besten Der erste kann nicht texten und der zweite nicht mal sprechen Erste Runde, ihr seid das Zentrum, nicht die Keckstreet Kein Requiem im Team heißt keine Textpunkte für Dandy Wer ist ewig schon dabei, kickt schlechte Texte in sein Mic Und ändert einen Scheiß, yeah Danny's big alright Ich sag Dandy kann nicht texten, er ist komplett getriggert Sowas geht dir ziemlich nah, ja dann heul doch du Wichser Du machst trotzdem weiter und bringst Battles am Fließband Doch jetzt bist du raus, denn hier carried dich niemand Ich bin ehrlich, ich find Magenta-Battlen ziemlich hart Also zu verstehen, was der sagt, dass der labert keinen Plan Mit dem aphasischen Gestumble, tu uns allen ein Gefallen Junge halt doch mal den Rand, laberst von Millionen Deals ohne Spaß Ich hoffe stark, dass das ironisch war, ehrlich man Ich frag mich, was du willst, bitte Ich hör deinen Scheißtext und wünsch mir ne Littmische Über euch freut sich keiner, also redet nicht von Comeback Haltet mal die Fresse, euch hat jeder hier erwartet Das kann zurecht nicht sein, schon seit Jahren seid ihr Scheiße D-Zummer und M-Zummer seit 2017 peinlich Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.